Betriebssystem ist hier ein Begriff im Zusammenhang mit der Informationstechnik. Die Aufgabe eines Betriebssystems besteht darin, die Verbindung zwischen Hardware und Anwendungssoftware zu stellen. Das Betriebssystem kann zum einen Anwendungssoftware starten und ausführen, zum anderen kann das Betriebssystem Zugriff auf die Hardware ermöglichen. Beispiele für Betriebssysteme sind Windows, Linux oder Mac OS. Ich bin Enrique Fernandes, hier bei FMH Studios. Bis zum nächsten Video. Adios.